Hallo, hier ist der Pferde-Podcast und die nächste Folge wird rasant. Wir reden über Pferderennen in Corona-Zeiten. Bei uns um die Ecke in Baden-Baden findet an diesem Wochenende ein Geister-Renntag statt. Peter Mühlveit vom Rennclub Baden Racing erzählt, was alles anders sein wird. Kleiner Spoiler, eine ganze Menge. Alle müssen Maske tragen und das Verrückte ist eben sogar, dass die Joggies sogar selbst im Rennen Maske tragen müssen. Normalerweise ist der Abstand ja gewährleistet, weil da ist immer ein Pferd dazwischen. Aber natürlich in der Startbox stehen die Pferde dicht nebeneinander. Die Stadthelfer versuchen die Pferde reinzubringen und sind relativ nah dran. Deswegen hat man aus absoluten Sicherheitsgründen dann gesagt, okay, dann müssen die Joggies eben auch eine Maske tragen. Außerdem mit dabei unsere Futterexpertin Andrea. Sie gibt Hörerin Kati Tipps, deren Pferd will einfach nicht zunehmen. Und Jenny erzählt über die Ausbildung ihrer beiden jungen Pferde ACDC und Klecks. Reitstunde ohne Reiten. Ja, das kann ich gut. Und zwar war das Ziel meiner Reitstunde nicht zu reiten. Klecks hat die Angewohnheit, immer sofort loszulaufen, wenn man aufsteigt. Deshalb bin ich immer und immer wieder aufgestiegen und nicht losgeritten. Aufgestiegen und nicht losgeritten. Ja, man kommt sich selber ein bisschen doof dabei vor. Aber was man nicht alles macht für ein gechilltes Pferd. Der Pferde-Podcast am Montag, überall wo es Podcasts gibt.